So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Prince of Persia, The Sands of Time, weiter geht's würde ich sagen, oh super geil, direkt reinklatscht. Was ist denn noch Roller, ey? Pack ich nochmal. Die Verteidigung des Palastes hatte ihre eigene Logik. Sie konnte mit einigen strategisch platzierten Schaltern umgangen werden. Ich lernte schnell sie zu erkennen. Doch es schien, als hätte ich einen schweren Fehler begangen, als ich dieses System in Gang setzte. Denn es war besser dazu geeignet, nach dem Leben zu trachten, als einem Angreifer, der nicht aus Fleisch und Blut war. So, jetzt ist es schon mal zwischendig, ne? Was geht mal hin? So, wie ist sie? Das ist ein Thema. Ich finde, ich auch springen, ne, ja? Nope. So. Aha. Wo war da Wasser? War das Wasser da unten? Oh, das war wohl knapp. Ist da wo Wasser? Nö. Guck mal, dass man da draußen sein muss. Oh, das stimmt. War ja, ging ja auf Zeit. Ich hab hier fast vergessen. Oh. 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 Schau mal, denke ich. Verdammt, dass die Outlier kommt. Nein, schützt. Okay, verdammt. Ich muss mal hier irgendwie kurz wegrollen. Mal schauen, ob hier irgendwo, wo... ...gibt es irgendwas... ...energiemäßig ist. Shit. Schnell! Das ist doch... ...leitische Kleber war nicht hier. Weg, weg! Uhhh, weg! Nein, gut. Ich habe einen Riss. Ich kann irgendwie... ...leitische Energie... ...leitische Energie... ...schau mal, was... ...leitische Energie ist, dass ich eine andere... ...leitische Energie... ...wenn ich so einfach... Ich hab Bock jetzt hier drauf zu gehen. Na komm. So. Gar kein Problem. Das wäre ja fast easy. Was soll ich speichern hier? Was ich mal sage, den Speichelpunkt hatte ich irgendwie schlimmer in Erinnerung. Ich bin ja eigentlich ganz angenehm gefützt. Noch zumindest. Wer weiß wie spät er aussieht. Speichern. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Das freut mich. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Was denn nachher kommen, ne? Ne? Oh. Sehr gut. Trinken müssen wir noch einen Schluck. Ah, hier. Da muss man raus, dass die Türe, ne? Ne, das ist immer rein. Äh. War auf jeden Fall ein Schalter irgendwo, ne? In der Wand. Ich muss mich verstehen. Ne. Da ist doch einer. Ah. 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 Schwing dich. Ach so. Ja, jetzt. Ach. Ach so. Oha, das hat... Oha, das hat's mit! Es hat mir fast das ganze Leben abgezogen. Okay, krass. Schau mal, hart. Ui. so nicht leute so nicht schon noch mal neu hier dauert zwar ein bisschen aber ich hab ein völliger quatsch war das nicht ich so ich vorher was trinke und dann das speicheln ich mach jetzt mal ganz kurz ich hab ihn mal auf trinke ich noch kurz einen schluck und dann speichel ich nochmal das ist aber hier ist noch mal anständig hier beim nächsten mal fangen wir hier das ganze machen es war ja furchtbar aber krass wie viel das ding abgezogen hat so Oh, shit. Ich bin noch nichts über sehen hier. Guck ich da hoch? Später wahrscheinlich noch. Ah, verdammt, höchstkamera manchmal, wow, sag mal, wieviel zieht denn das jedes Mal ab? Das ist echt krass. Ich war bestimmt schon mal hier. Ich war schon mal hier. Ich fühl's gestärkt. Ich war schon mal hier. Ich war schon mal hier. Das war ziemlich blöd. Hä, war ich so weit weg? Ich glaube ich da rüber, muss ich den Pantlauf machen wahrscheinlich, oder? Sonst geht's hier noch irgendwas weiter. Was ist da drübe? Wie komm ich denn? Lauf ich da irgendwie anders noch hin? Hä? Ach, jetzt ist das Ding weg. Ich fuhl ich da gar nicht mehr durch. Okay. 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 Malchen. 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 Ich dachte, da muss ich da am Eckverschboden. komme ich da rüber ist da ein vorsprung ich glaube nicht ich muss dann erst rüber und dann von da aus da was kurz drüber sehr gut Oh mein Baby ist voll Ich hab ein bisschen Depp Ui Ah shit Ich hab ein bisschen zu knapp berechnet Ah nein Oh Gott ich hab zu tun Shit Na was magst du denn Ich wollte bloß, ach, ich baue jetzt, komm doch voll die Scheiße Nein Gott Nein, 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 das war so nicht Ich weiß das nicht so war Das war schon, ne Ich hoffe mal, das ist der zweite Dreh doch mal um Ja, okay, bist du jetzt weg Drum Ich hab ein paar davon aus machen, ey, gell Nee Nee Okay Hey Ich hab ein bisschen, da berechnet Hallo Kamera Wie wärs Ja Ja Ich hab ein bisschen Ja Du, 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 du. Ich hab ein bisschen Ich hab ein bisschen Dann Töne Ich hab ein bisschen ab so nicht mehr auf Ja. Nope. Nope. Das war nichts. Ist doch rüber, oder? Okay. Ich glaube, muss oben drüber, ne? Okay, nochmal, warte, bis die unten sind. Ich komme hier mit runter, Scheiße. Und du? Wieder zurück. Ich baue es langsam. Ach, komm. Wurde es gespeichert. Ich würde sagen, das war es für die heutige Folge. Ähm... Ich probiere es nochmal neu. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Nein, nein. Ich habe es nicht geendet. Es fängt gerade erst an. Gleich fängt es von neu von vorne an. Alles klar, dann danke fürs Dusehen. Bis zum nächsten Mal. Und... Soll ich weiter erzählen? Ja, gleich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.